So, in meinem Schnitt hier, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Runde, ja, wir nennen das Bram vs. Hardy oder Hardy vs. Bram. Ja, so eine Light-Version von Bram vs. Jay, ist auch nur diese eine Folge, nicht, dass die halt so, mehr, mehr. Ich weiß es auch so, aber wird es erstmal nicht geben, ist nur diese Special-Folge. Weil Bram ist nämlich gerade zufällig bei mir hier zu Besuch. Ganz unfällig. Haben wir uns gedacht, komm, wir machen irgendeine geile Scheiße. Gestern gab es doch schon eine Trash-Time-Folge. Ja, 19 Uhr war die. Ja, 19 Uhr war die. Am besten nochmal reinschauen. Ja, und wir haben uns dafür machen so ein paar kleine Minispielchen, ja, wie ihr das von 5 Stück sind es, ne? Ich weiß nicht, wie viele es sind, wir gucken mal, aber ich weiß selber auch noch nicht. Also, es sollte eine ungerade Zahl sein, ne, also 5 Stück sind es. So, also die erste Challenge, wie nennen wir die denn? Wir nennen sie geiler Sauger. Ganz greif, wir haben diesen Strohhalm und müssen den da reinstecken, also darf ich natürlich nicht. Dann durch diesen Strohhalm Wasser in den Mund saugen, den Strohhalm dann hier rein, Wasser ins Glas ablassen und wenn das Glas übergeschwappen ist, also wenn beide Däser überschwappen, wobei die Dichte Strohhalms zu vernachlässigen ist, ja, weil dadurch hat man natürlich ein bisschen Verdrängung, dann hat man gewonnen. Und wer es geschafft hat. Genau. Und ich würde einfach sagen, fangen wir an. Fangen wir an. Ja, fangen wir an. Okay. Also. Das ist jetzt die Frage der Technik. Macht man den Mund ganz voll oder macht man nur so ganz viele kleine? Weiß ich nicht. Ah, ich hab mir schon der Technik ausgedacht. Ne, ich weiß, du kannst es richtig geil saugen. Ja, okay. Wollen wir dann? 3, 2, 1, go! Heißte Eier? Heißte Eier. Challenge ist ein komplett, äh, die sind ja nach wie vor heiß. Wir können das kurz erklären. Der Eier sind frisch aus dem Eierkocher, kochend heiß. Challenge ist, mit bloßen Fingern dieses Ei so schnell wie möglich zu pellen. Gewonnen hat der, der das Eier als erstes gepellt und wirklich kein Fitzel Schale mehr dran ist. Essen muss man es nicht. Essen muss man es nicht. Aber es muss gepellt sein. Man darf nicht seine, seine Ärmel benutzen, sondern man muss es so machen. Boah. Alles klar. Bist du bereit? Ja. So, liebes Zuschauer. Dann würde ich sagen, geht's los. 3, 2, 1, los. Ja, ja, nein, nein, nein. Ich muss gucken. Ja, jetzt, jetzt ist es vorbei. Ich hab, ich hab's, ist aufgehört, ist ausgehört, Dingels. Hier, kannst nachgucken. Da ist nichts mehr dran. Da ist nichts mehr dran. Da ist nichts mehr dran. Ja, ist okay. Das geht durch. Geht durch. Alles klar. So, ja, ein Schüttchen. Nächste Challenge ist, sich eine Film-Compilation zusammen anzusehen. Ja, wie nehmen wir sie denn? Äh. Ablachsen. 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 Voll ab, voll abgelacht. Voll abgelacht. Nein, nicht schade. So, auf jeden Fall, die Challenge ist, ähm, nicht zu lachen. So, dann 3, 2, 1, go. Ich hab's nicht ausgehalten. Ohne Scheiß. Wie, wie kann man das denn aushalten? Ohne Scheiß. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ja, äh, Glückwunsch an dich, dass du das so gut ausgehalten hast. Also, nein, Gott, das ging einfach nicht. Sehr gut. Und gleich geht's weiter. Gleich geht's weiter. Ganz gemein. So. Jetzt gucken wir Pornos. Jetzt gucken wir Pornos. Jetzt gucken wir Pornos.